Wozu sind die Füße da? von Eva Kühn. Wir sind in Eile, wir sind mobil. Die Füße drücken Pedale, unsere Augen allzeit wach für den Verkehr auf der Straße, blind für die Welt. Steig einmal aus, denn nur beim Gehen sind wir sehend. Atmen, Staunen, Glück, die Zeit des Wanderers tickt anders. Die Welt liegt ihm zu Füßen und alles, alles fliegt ihm zu. Die Welt liegt 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 ihm zu.